Die Situation auf der Krim spitzt sich derzeit weiter zu und das Säbelrasseln von Russland sorgt insbesondere unter Anlegern für zunehmende Unsicherheit. Während die Aktienmärkte weltweit unter Abgabedruck geraten, kann insbesondere der Goldpreis zuletzt deutlich zulegen. Woran das genau liegt, das möchte ich heute wissen von Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor. Herr Bloss, der Goldpreis stieg zuletzt auf ein Viermonatshoch. Wie viel Krimkrise steckt denn eigentlich im Goldpreis derzeit? Ja, wir haben ja den Anstieg schon vorher gesehen, bevor das Thema Krimkrise wirklich mal so heiß wurde in den letzten zwei Tagen. Aber es steckt schon sehr, sehr viel drin. Es steckt vor allem das große Bedürfnis der Anleger drin, gewisse Sicherheiten wieder zu haben. Und man merkt auch, dieser Aktienboom der letzten Monate, der verunsichert auch ein bisschen. Man geht doch davon aus, naja, ist vielleicht alles ein bisschen heiß gelaufen, möchte ich doch mal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Also ich denke, so 30, 40 Prozent sind Krimkrise und der Rest ist das ganze Thema drumherum. Und man darf das auch nicht isoliert betrachten, sondern man muss das immer in Kontext sehen. Wie würden Sie denn die weiteren Aussichten für den Goldpreis beurteilen? Wird dieser kurzfristig, insbesondere wenn sich die Situation weiter zuspitzt, noch weiter zulegen? Also ich gehe fest davon aus, kurzfristig können wir locker an die 1.400 US-Dollar Marke Profein uns heranlaufen. Auch ein Stückchen drüber hinaus lässt es die Chart-Situation im Augenblick zu. 14,20 ist da durchaus möglich. Da können wir relativ schnell, vor allem wenn wir ein deutliches Zeichen von der Krim sehen, hinkommen. Und auch mittel- und langfristig glaube ich eigentlich eher an einen ansteigenden Goldpreis. Das sieht man auch, wenn man sich das Chart-Bild im Augenblick anschaut, an einen wunderschönen Aufwärtstrand. Wenn wir kurz noch auf die politische Situation schauen, was ist Ihre Einschätzung? Wird sich die Krise auf der Krim weiter zuspitzen? Naja, eigentlich, also ich glaube nicht an einen heißen Eskalationsakt, weil da ist eigentlich keinem dran gelegen. Russland nicht, im Westen nicht und auch im Prinzip der Ukraine nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir politisch und diplomatisch hier alles ziehen müssen an Register, was wir haben, um mit Gesprächen das Thema gut zu beenden. Ich kann mir auch verschiedene Szenarien vorstellen, in welche Richtung das laufen wird. Wir haben ja immerhin fast zwei Drittel der Bevölkerung der Krims sind russisch. Also hier kann man gewisse Tendenzen ableiten. Ich könnte mir auch eine Trennungstendenz vorstellen. Also vorstellbar ist ja vieles. Ich glaube allerdings, wir werden einen politisch-diplomatischen Weg finden. Ich glaube nicht, dass wir einen Eskalationsschritt Russlands sehen, weil das würde auch in die Isolation führen. Wir sehen ja jetzt schon die Diskussion um G8 und weiteres. Das könnte mir allerdings vorstellen, dass wir nochmal so eine kleine Auflegung des Kalten Krieges da mitkriegen. Wenn es tatsächlich zu einer Neuauflage kommen sollte, welche wirtschaftlichen Konsequenzen wären denn in einem solchen Fall zu befürchten? Heute haben wir schon gesehen, dass insbesondere die Aktienmärkte, insbesondere auch in Russland, schon sehr drastisch reagiert haben. Na gut, wir würden natürlich eine unheimliche Volatilität an den Aktien und auch an den FX-Märkten sehen. Haben wir heute gesehen, der Rubel hat deutlich verloren gegenüber den anderen Leitwährungen. Man hat das jetzt versucht, mit einer relativ starken Zinserhöhung dementsprechend in den Griff zu kriegen. Das sollte im Regelfall allerdings verpuffen. Das reicht im Regelfall nicht aus. Also wir würden eine sehr, sehr starke Volatilitätsverschiebung sehen. Ich glaube aber, es kann sich eigentlich keiner wirtschaftlich leisten. Wir haben ja zum einen das Thema, greifst du die Grimm an, werden wir wirtschaftliche Sanktionen einführen. So, das bringt auch nichts. Das schwächt im Prinzip die Partner. Wir kriegen weniger Gas, müssen das dann aus der Nordsee und Ähnliches besorgen. Also das ist alles ein hochfragiles Thema. Und ich glaube eigentlich nicht, dass nur einer der Staatschefs sich in diese Richtung schieben lassen will. Ich glaube, es wird zu einem anderen Weg kommen. Aber ich mahne doch stark zur Besonnenheit und auch zur Rücksicht, da muss man schon aufpassen. Michael Bloss, Finanzbuchautor und EFD-Direktor. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.